So meine Freunde, Reanimation an. Wieso spielen wir eigentlich auf normal und nicht auf leicht? Wann sind wir bis jetzt gestorben? Was ist das denn? Das sind so ein Obdachlose am Fliegen. Alter, ich hab gerade erst gedacht, wir müssen das eine nochmal machen. Wie geht nochmal diese Stasi-Kacke? Stasi meine ich. Wir müssen jetzt erst nochmal gucken, wie diese Stasi-Dingens ging. Nö. Ich weiß nicht mehr, ob ich mit dem Controller gespielt habe oder nicht. Ich glaube, ich hab da gar nicht mit dem Controller gespielt. Sonst spiele ich mit dem Controller. Oh mein Gott. Mach den Controller weg, mit F. Geh nach Hause, tschüss. Diabo. C. Wie geht das denn? Wie geht das? Mit diesem spannenden Intro sage ich willkommen und zurück zu Dad. Drei. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Der Dicke Dennis kommt. Du bist tot, oder was? Oh, what the fuck? Dein Partner ist gestorben. Mein Kopf ist explodiert. Boah, das Inventar ist scheiße. Ich kann kotzen. Wer hat das Inventar sich ausgedacht? Das ist mir ernsthaft. Boah. Ja, mach nur noch kaputt, okay? Ja, ich möchte nach unten wieder. Du hast aber irgendwie auch andere Klamotten an, habe ich ja Gefühl. Oh Gott! Pippel! Oh Gott, ihr habt keine Augen. Loll. Die ist bieber. Porno. Ach, dir die Augen zu? Oder? Ist die dumm? Ah, jetzt hat die Augen auch. Gerade war das weiß. Hab ich auch gesehen. Ist ja normal, die so mega leise reden. Ah, mein Pickel tut weh. No Smoking. Ich glaube, das macht es jetzt auch noch mehr. Objekte herstellen. Außerdem kann man hier gar nicht rauchen, weil hier gar keine Luft ist. Ist ja gelogen hier. Somat-Gel. Kein Zugriff für Unbefügte. Ich bin aber befugt. Ich bin übelst befugt. Verdammt richtig. Ich habe dich nie aufgegeben. Nein. Du hast die Welt aufgegeben. Hey, das habe ich bezahlt. Oder findest du, dass ich noch nicht kaputt genug bin? Isaac, hier geht es um Leben und Tod. Ohne deine Hilfe sind wir geliefert. Also? Lol. What? Geil. Bah! Die ist voll die Ranke gegen die Fresse gedonnert. Boah, ist das laut. Oh oh. Bitte geh nicht wieder an, bitte geh nicht wieder an. Oh mein Gott. Gut, dass du so schlau bist, weil ich wäre jetzt voll da reingeflogen. Ich glaube, es ist ein Oga-Arsch. Ich muss durch den Monsoon. Das ist das falsch spiel. Hinter die Welt. Ans Ende der Zeit. Kein Regen mehr fällt. Fögen im Sturm. Ein Reh. Ein Hirsch. Eine Ziege. Ach lol, da oben. Ja, ein Elefant. Alter, guck mal, oben ist Jesus. Wo? Ja, das Licht. Oh. Eine Tabelle. Pff. Iiii! Iiii! Ich probiere mir gerade die Schrotfintesse zu bauen. A grill A grill Is a grill This is surely so And fries Should be fries Either way What's the hell is that for a lead? Hä, kennst du das nicht von Spongebob? Doch dieser Grill Ist kein Zuhause Und mein Herz Sieht anders aus Alles gäbe ich dafür Wärst du nur wieder hier Diese Küche Ist so leer Und einsam Alles gäbe ich dafür Wär... Ach nee, das hab ich schon gesungen Ja, das Jura ist sehr angenehm Das verstehe ich aber drauf Ey, oh, nicht so weit unten Oh, mhm Okay Sie beschissen aus als vorher Finde ich schön, dass ich vor Schützung Vor Schützung gestrahlt bist Scheiße, du wusstest, was ich sagen wollte Ah Aha Huh? What the fuck? A stove Is a stove No matter where you go A patty Is a patty Um Um Halt dein Maul Oh, das war falsch Ja, cool Boxen nicht halt, wenn Ich übelst die wichtigen Mein Gott Hä? Wie kann man denn hier den Sauerstoff aufladen? Kann auch nicht Warte, erstmal muss ich jetzt meinen Sauerstoff hier auffüllen Einfach eh Ich weiß Sag mal Oh, man kann hier eine Stufe auswählen? Wie scheiß das denn? Ja, man kann doch alle auswählen Man kann irgendwie nur eine auswählen But this grill is not home Was für Drosselung? Sind wir bei der Telekom oder was? Ja Oh, ruhig brauner Oh, mhm Racist Okay, cool Hier wieder Boah, was ist denn dat für ne laute Scheiße? Du Fotze Mach mir keine Hoffnung Da hat mich da dran Als der Pastor in Kingdom Kann mich so genannt hat Wer kann ja nix? So ein Opfer Fotze Ich hab dir mal ein Dingens gegeben Oh, wat? Wo kommst du denn her? Ey, Wtef Ich hab dir gerade was geschenkt Partner, braucht mehr Platz hier Danke, dass ich fett bin, weiß ich auch But this grill is Oh, mhm Wat für mhm Ich hab Ohrwurm Ja, geil Was, neuen Ohrwurm? Hör, ich bin in irgendeine Scheiße reingetreten Ich hab einen Tumor gefunden Genau in dem Moment, wo ich jetzt F gedrückt habe Was ist so mega gekotzt, ey Ich hab erfahren, dass man heute vor ein paar Jahren Den Zeitpunkt günstig fand Und ich kurzerhand entband Oh, die Waffe ist geil Bringt die irgendwas? Die bringen ja gar nix Ach, guck mal, ne Seilbahn Ja, geiles Seilbahn Ja, hast du die Nummer von Cargo Operations? Ja, 0800 111 0111 Warte 0800 118 943 Okay, egal, das funktioniert Hallo? Ist da Cargo Operations? Ja Nö, da müssen wir mich jetzt eigentlich Telefonsäle-Säure gemeldet haben Ja, der Zug hat einen Unfall gebaut Ja, weiß ich schon nicht warum Bist du echt behindert? Hä, halt die Fresse, ich bin grad mit denen am Telefonieren Achso, ja, okay, sorry Warte, ich bin in der Watschleife Achso Ja, sorry, du bist in der Watschleife-Musik, ne? Ja, vor Ah, warte, da ist jemand dran Ja, hallo Ja, ihr Zug hat einen Unfall gebaut Ich wurde grad weitergeleitet Was für ein Zug? Ja, der Zug Sorry, ich hab so einen behinderten Freund hier Der redet mich die ganze Zeit dazu Ja, also der hat einen Unfall gebaut Und wir wissen jetzt, was wir machen sollen Ja, wir sind da Zombie-Apokalypse Ich weiß, ich brauch trotzdem den Zug, hallo Ja, wie unfreundlich, Alter Du kriegst auch von vier Sterne Bewertung Ja, da haben wir so einen Standard-YouTuber Hahaha, okay, der war stark Kann der mich mal bitte nicht angreifen, während ich hier meine Waffe upgrade? Hast du grad die Gegner getriggert? Kann man ja nicht mal in Ruhe Tetris spielen, mein Gott, ey Dominic Jetzt bin ich geplatzt Ja, weil du Kacka bist Ich bin Tetris am Spiel Achso, lol Ich hab Medipack groß, wahrscheinlich bin der beste Apotheker, der die jemals gegeben hat, ey Holy fuck, shit Ich glaub, das ist jetzt wirklich so Einer muss jetzt hier dran sein, der andere muss den dann beschützen Aua Lol Ja, das sieht doch nicht so aus Aui Ja, supi Boah, was kannst du eigentlich? Ja, was ist denn für eine beschissene Müll-Mission? Ich glaub, das ist der Sinn dahinter Ja, aber das ist ja voll schwer, what the fuck Was musst du denn da machen? Ich muss da so Sachen zusammenstecken, wie fucking Tetris Aber ich bin zu dumm dafür, irgendwie Sag mal Oha Wann sind wir bis jetzt gestorben? Wann sind wir bis jetzt gestorben? Wann sind wir bis jetzt gestorben? Scheiß Ihhh Richtig dicke Dennis Der sieht echt aus wie so ein dicker Dennis Ja, ich hab keine Geduld hier, mein Leben ist am Abgehen, ey Oh, ui, 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 ui Weißt du, die ganze Zeit, wenn wir das Spiel spielen, ist da kein schwerer Kampf und da haben wir gerade so einen Spacken Übelst OP Ich heu einfach nur noch Ahhhh Da sieh den ein, beide Da sind drei, lol Schnell Nein, 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 nein Hä? Ich bin verhingen gefallen Nein, 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 nein Oh Mann Wir müssen rein Schnell, komm Okay Gib Gas Oh Gott Ja, wollte ich auch gerade sagen, ey Komische Streuung Komische Störung, hab ich auch zuerst klickt Ah, ich hab mein Mikro geschlagen Mein Mikro ist jetzt depressiv, super Häustische Gewalt Yay, Aufzugfahne, passiert ja nie, was schlecht ist Oh mein Gott Aldi? Ich komm dann auch mal da runter Oh, da darfst du im Flackern hier, ne? Alter, mein Typ ist so fucking ultra dämlich, das ist mir normal Ja, was ist das denn, wir sind jetzt mit Pokémon oder was? I wanna be the very best No one ever was Dun, dun, dun To catch them is my real test To trade them is my cause Cool War das Menü so kacke, ne? Was, TikTok, TikTok TikTok on the clock Kesha Kirsche Du hast keine Tauchkissstange Hast du ne Tauchkissstange? Was? Äh, was ist das denn? Ist das hier, wo der Typ war? Ne, aber hier kann man das ausschalten, was der Typ gemacht hat Wie wird mit draufdrücken? Da ist n Glückwunsch, du hast mich gefunden Ganz schön dämlich, was? Hä? Hat der sich jetzt umgebracht? Ja, aber warum sollte der denn instant vergammeln? Glückwunsch, du hast mich gefunden Ah, ich hab ihm seinen Kopf abgeschossen It's such a sad life Oh Okay Diese Küche ist so leer Jetzt hab ich selber ein O noch, von der dumme Sau Ja, das ist ja auch voll das ganze Lied Loll Gut, dann war's das mit Dead Space Wir machen zum Schluss noch einen kurzen Song Hallo Leute Denn diese Küche ist so leer Und einsam Abonniert mich für weitere Kameras und Let's Plays HTTP Doppelpunkt Let's Slash Let's Slash Alter, ein Maul Noo